es ist ja nicht so als könnte ich keine herstellen die rauf ich brauche 50 ziegel also bin ich auch noch unfähig das selber einzugeben oder wie wo steht denn hier ein düngertisch eigentlich ach so ich sehe gerade genau das lag ja da dran naja da werden sie schon hingeklatscht so 15 zucker 15 hefe hier konnte ich hier aber nein das war doch in der müde scheiße das ist logisch oder nee ich auch nicht was ground bean coffee alter warum äh ah ja das symbology skillbuch ist fertig hier ist der zucker soweit ich gemeint so jetzt aber huch so ab jetzt bücherregal damit und das genauso so so wie er lernt würde ich jetzt mal sagen wobei jetzt haben wir es erlernt okay hefe das eigene sogar auch ganz anders eigenes nicht schlecht küche küche ach jetzt aber oh beef burger what the fred battled hot chips hey bitte äh äh fortgeschrittenes kochen brauche ich tatsächlich äh ich brauche fortgeschrittenes kochen um fortgeschrittenes backen zu machen das hat uns zu super gemacht kacke schaukel danke so nee dann muss ich das erstmal beiseite lassen ich suche mir offscreen hier die zutaten zusammen mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum in nocturne high weiter zu bauen schaukel schaukel Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder in Nocturneheim. Bis später. Ah, schön ist es wieder daheim zu sein. Wieder in Nocturneheim. Ich denke, ich sollte mal mehr Platz schaffen für weitere Hütten. Anschließend neue Erze verhütten. Ich bin aber noch unentschlossen. Soll ich diesen... Ja, ich glaube, ich könnte hier eigentlich noch da auch noch eine Hütte bauen. Eine kleine Hütte. Da muss ich halt dann nur noch angleichen. Und dann... Ja. 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 machen dann. Ich stelle mir das so wie vor. Na komm, ich will doch Wort halten. Ein Schloss. Wir haben auf dem höchsten Berg getront. Und im Idealfall der da oben. Naja. 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 Mal wieder zu viel. Wie mache ich das denn hier? Da auf jeden Fall. Ne. Ja. Okay. Okay. Also ich werde da nur noch Treppen setzen, dann Steintreppen in dem Falle. Weil ich finde es würde recht gut zu diesem Setting passen. Ich weiß nicht, ich will schon irgendwie gerne eine Holzbrücke hier rüber bauen. Einfach mal so. Mal schauen wie es ausschaut. 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 Ja, aber da drüber müsste ich so viel Terraformen! Ne! Das lass mal lieber! Müsste ich zu viel Terra... Hier habe ich es einfacher. Oh, das tut mir leid. Oh, ich bin ich jetzt schon. Oh, mein Mausi niest und ich verjag mich hier. Grüße geht raus an mein Mausi. Alter Scheiter. So, warte. Da sieht man, wie konzentriert ich da hier eigentlich in dem Spiel bin. Zu sehr. Boah, mein Herz. Hier war halb die haupten Maus, die ich mir geschmissen habe. Also nicht meine Maus, sondern hier die Computermaus. Ich hoffe, dass die Erde schnell auskühlt hier, die ich jetzt setze. Oh, mein Herz. Hm, hier fehlt noch was. Komm, dann nehme ich das jetzt hier von weg. Den Berg muss ich dann auch hier vorziehen quasi. Hm, der ist auch wieder raufgeklettert. Das ist auch wieder raufgeklettert. Das ist auch wieder raufgeklettert. Das ist auch wieder raufgeklettert.